Ich bin ein Ur-Sankt Johanna, weil ich bin da geboren und am Ende vertrete ich nach wie vor. Ich tue das auch nach wie vor gern. 30 Jahre bin ich Obmann des Elternvereinster Pflichtschulen gewesen in Sankt Johanna. Nach wie vor bin ich noch Ortsparteiobmann-Schulvertreter und habe jetzt auch ein paar Geschäfte. Warum ich gerne in Bangau bin, muss ich ganz ehrlich sagen, der Bangau ist ja so ein schöner Gau. Es ist einfach lebens- und liebenswert hier zu wohnen. So, jetzt gehen wir da aufs Wurwangerlaufen. Ich wünsche mir, dass das Ganze so bleibt, wie es jetzt ist, dass wir so zufrieden sind. Ich bin engagiert, weil ich ein Bangau bin. Leib-C touchscreen HeimЕН Heim-Wing Untertitelung des ZDF, 2020